3,4,5,6,7,8,1, halt! 3,4,5,6,7,8,1, halb! 3,4,5,6,7,Körper! Halt, 4,5,7,8,1, halb! Ach! Und gut! Und...one! Down! 1,2,3,4! 1,2,3,4,4! 4,4,4,4,4,4,4! Wir sind hier mitten am Quick Step merken! Quick Step heißt ganz viel hüpfen! Nein, nicht viel hüpfen! Spaß, Laune und... Haltung! Bombastige Haltung. Wir sind hier im schönen Vogtland, in meiner Heimat, und werden jetzt hier die nächsten Tage trainieren und freuen uns auf Quickstep und Puzzle-Double. Tschüss! Schöne Grüße an die Füße.